Ambitioniert, angriffsbereit und ausdrucksstark. Das sind die kleinen Tennis-Profis, die bei der Kucic International Junior Trophy auf dem Vereinsgelände des SCC Berlin aufeinandertreffen. Einige Kinder sind das erste Mal mit dabei und genießen den internationalen Austausch. Es ist auch mal witzig, dass man mit anderen auf Englisch spricht und nicht immer nur mit den gleichen auf Deutsch und es macht auch Spaß. Ganz oben auf der Setzliste des Turniers ist der Italiener Antonio Di Ruber. Er steht am Dienstag gegen Valentin Hens auf dem Platz und lässt ihm bereits im ersten Satz keine Chance auf Punkte. Auch im zweiten Satz zeigt sich Di Ruber ausdrucksstark und dominiert das Match. Ich habe gut gespielt. Mein Gegner war gut, aber ich habe einfach mein Ding durchgezogen und dann gewonnen. Eine starke Konkurrentin ist auch Sophie Triquard. Sie ist dieses Jahr deutsche Meisterin im Einzel der U13 geworden und tritt auch in ihrem Match gegen die Norwegerin Vida Daniela Fernandes-Esaassen ambitioniert auf. Triquard entscheidet das Match für sich und untermauert ihre Favoritenrolle. Für die Berlinerin ist es etwas ganz Besonderes, bei einem internationalen Wettkampf in ihrer Heimat teilzunehmen. Ich lebe hier 20 Minuten weit weg, also entfernt von hier. Und es ist halt ein sehr gutes Turnier mit einer tollen Organisation und tolle Plätze, deswegen wollte ich das hier spielen. Genauso geht es der 13-jährigen Lena Topel vom TC 1899 Blau-Weiß. Sie ist eine aufstrebende Tennisspielerin, die in diesem Jahr bereits einige Turniere gewonnen hat. Doch mit Kira Kalinuskaya hat sie eine starke Gegnerin vor sich und muss kämpfen. Beide liefern sich ein starkes Match, doch letztendlich muss sich Topel gegen die Weißrussin geschlagen geben. Unterkriegen lässt sich die Berlinerin davon aber nicht, denn sie hat große Ambitionen. Ich will erstmal WTA Top 100 erreichen und wenn es dann klappt, ohne Verletzungen und so, dann will ich auf jeden Fall noch weiter. Eine längere Anreise hatte der Engländer Jadon Olade-Mehi. Im Einzel geschlagen, dafür im Doppel, aber umso besser. Mit Diego Vigorita an der Seite spielt er ein starkes Match, wie die Schweizer Nicolao Crivelli und Joshua Oliver-Zapp. Mein Partner und ich haben sehr gut gespielt. Wir haben sehr gut miteinander kooperiert und auch kommuniziert. Das hat sehr geholfen. Ein spannender Wettkampftag, der Kucic International Junior Trophy geht zu Ende. Das Turnier findet aber noch bis Ende der Woche auf dem Gelände des SCC Berlin statt. Schaut gerne vorbei, wenn sich die kleinen Tennis-Profis aus aller Welt einmal mehr als ambitioniert, angriffsbereit und ausdrucksstark beweisen.